Ja, dann willkommen zur elften Vorlesung Garm und Logik. Wir haben folgendes auf dem Programm heute. Erstens, wir werden den Beweis fertigstellen, den wir letztes Mal angefangen haben. Zweitens, wir werden zwei, drei witzige Konsequenzen daraus sehen. Und drittens, wir werden das neue große Thema anfangen, was uns für die nächsten paar Vorlesungen beschäftigen wird, nämlich Realisierbarkeitstheorie. Machen wir erst den Beweis vom letzten Mal fertig. Der Satz war, sowas wie, sei S ein klassisches, konsistentes System, dann besitzt S ein klassisches Modell. Und der Beweis ging so los. Wir nehmen uns eine Aufzählung aller Formeln in S. Aber nicht aller Formeln, sondern nur von den meisten. Eine Aufzählung aller Formeln der Form für alle X, Phi und auch der Form Phi impliziert Psi. Aber sonst keine weiteren. Ohne Einschränkung haben wir vorher gesagt, dass wir nur folgende logische Zeichen erlauben wollen. Und dann hat wir noch gefordert, dass die Geraden die und die Form sein sollen. Das sollen gerade Nummern bekommen. Gerade Indizes und die anderen ungerade. So, und dann haben wir schrittweise diese Mengen Delta N definiert. Delta N war die Menge der Axiome von S. Und Delta N plus 1 haben wir in Abhängigkeit von Delta N definiert. Und zwar, falls N gerade war, also falls dieser Fall vorlag, dann haben wir einfach, ohne auf irgendeine Bedingung zu prüfen, folgendes Axiom dazu getan. So, so ein Trinkersatz. Ja, wenn Phi für X in Halbe zutrifft, dann trifft Phi für alle X zu. Und wir hatten am Anfang auch nochmal gesagt, dass wir uns neue Variablen gönnen, X0, X1, X2. Von genau den Sorten, wie wir sie brauchen werden hier. Und ein bisschen interessanter war der Fall. Da nehmen wir nämlich Phi N dazu. Dann und nur dann, wann Delta N plus Phi N konsistent bleibt. Falls dann ungerade. So, damit haben wir also die Deltas definiert. Und dann hatten wir Delta Omega. Delta Omega war definiert als die Phi's aus der gesamten Sprache, jetzt nicht nur die, die wir hier untersucht haben, sodass das Phi eine syntaktische Konsequenz ist von den Formeln, die jetzt in diesem Delta N drinstehen. In klassischer Logik. Gut. Und dann hatten wir schlussendlich das Modell definiert. Das haben wir synthetisch gemacht. Das haben wir formal gemacht. Das haben wir ohne eine kreative Idee gemacht. Wir haben nämlich einfach gesagt, dass die Interpretation von der Sorte X sein soll, die Menge der Terme der Sorte X. Menge der Terme der Sorte X. Und dann noch die Influenzrelation rausgeteilt, sodass wir genau solche Terme dann identifizieren, wo Delta Omega sagt, dass wir sie identifizieren müssen. Und die Sachen, die jetzt dann noch offen waren und die wir jetzt eben in Teilen nachweisen, waren folgende. Erstens, Delta Omega weiß nicht, Bottom ist nicht in Delta Omega. Einfach so. Zweitens, das Modell M, was wir uns auf diese Art und Weise gebaut haben. In diesem Modell gilt genau dann Phi. Genau dann, wenn Phi ein Element von Delta Omega ist. Drittens, all die Axiome von S sind gelten in M. Und viertens, wir wollten noch Klassizität von dem Modell nachweisen. Also das da. Für alle Phi. Gut, und das machen wir jetzt in Teilen zumindest. Also schauen wir uns zunächst an, wie drittens aus zweitens folgt. Das ist nämlich billig, denn per Definition liegen doch die Axiome von S in Delta Null. Erst recht liegen sie somit in Delta Omega, wo noch alle Konsequenzen von den Axiomen aus Delta Null hinzukommen und außerdem noch viele andere Formeln dazukommen. Und wir wissen, eine Formel gilt in dem Modell genau dann, wenn die Formel in Delta Omega liegt. Also das aus zweitens, drittens folgt, ist geschenkt. Liegt das Delta 1 nicht in Delta Omega? Nee, Bottom. Bottom. Bottom liegt nicht in Delta Omega. Ich habe erst gelesen, dass es eine 1 ist oder so. Ja, ja, und dann, ja, nee. Aber das wäre eine amerikanische 1 gewesen, gell? Ohne, ja. Gut. Also drittens ist geschenkt, wenn wir zweitens haben. Viertens ist auch geschenkt, wenn wir zweitens haben. Viertens geht es so. Ich schreibe das direkt hier, ja. Ihr wisst, wozu dieser Ausdruck hier equivalent ist. Nämlich zu der metasprachlichen Implikation, dass aus dem da das da folgt. Ja, so war das definiert bei einem Modell. Wenn man da jetzt irgendein logisches Zeichen hat, dann ist die Bedeutung davon dass genau dasselbe nur dann das logische Zeichen auf das Meterniveau hochgezogen. Also müssen wir das dann nachweisen, wenn wir das dann nachweisen wollen. Gut, und das ist doch aber nach zweitens equivalent dazu, dass nicht nicht phi in Delta Omega liegt. Und das ist nach zweitens equivalent dazu, dass phi in Delta Omega liegt. Okay, und in Delta Omega sind ja all die Formeln drin, die klassische Konsequenzen von diesen Axiomen sind. Wenn wir also wissen, dass nicht nicht phi eine klassische Konsequenz ist, dann ist phi auch eine klassische Konsequenz. Denn wir können ja unseren Beweis von nicht nicht phi nochmal verlängern um einen Schritt Lem. Lem in S. Nach Voraussetzung gilt Lem in S, auch wenn wir eventuell in unserer Meta-Theorie konstruktiv sind. Das ist völlig okay. Das heißt, viertens ist auch schon abgehakt. Und es bleiben jetzt erstens und zweitens. Gut, und dazu, bevor ich das jetzt mache, will ich nur noch mal kurz erinnern, was ist hier passiert, was war davon wichtig, was da war davon unwichtig. Also grundsätzlich die Idee, die wir hier hatten, um ein Modell aufzubauen, gegeben nur das formale System S, war folgende. Wir haben es aber ein bisschen cleverer gemacht, weil der naive Ansatz nicht funktioniert. Ich will nur auch noch mal den naiven jetzt vorstellen. Der naive Ansatz ist folgender. Wir nehmen uns eine Aufzählung von allen Formeln überhaupt. Nicht nur irgendwie Formeln von dieser Sorte, sondern von allen Formeln. Wir machen auch nichts mit gerade oder ungerade oder sowas, sondern wir nehmen einfach immer den unteren Fall, wie hier steht. Das heißt, wir nehmen eine Formel genau dann hinzu, zu der Menge der Formeln, die wir hier im Laufe der Zeit aufbauen und die zum Schluss in Delta Omega mündet. Wenn es der Fall ist, dass die Hinzunahme von dieser einen Formel zu der bisherigen Formelmenge das System immer noch konsistent lässt. Also wir starten mit einer Axiung von S und dann gehen wir nach und nach alle Formeln durch und wir nehmen immer eine Formel hinzu, sofern es das System konsistent lässt. Je nachdem, in welcher Reihenfolge wir die Formeln durchgehen, würden wir zumindest, wenn das überhaupt funktionieren würde, tut es aber nicht, aber wir würden dann zum Schluss ein anderes Modell bekommen. Gut. Warum haben wir das jetzt so ein bisschen komplizierter gemacht, dass wir für den Fall, dass die Formel von so einer für alle Bauart ist, dass wir das dann anders machen? Warum haben wir die Fallunterscheidung drin? Das haben wir deswegen drin, weil wir, das werdet ihr gleich sehen, weil wir sonst zweitens nicht zeigen können. Und wenn wir zweitens nicht zeigen können, dann können wir auch nicht drittens zeigen, weil wir haben zweitens gebraucht, um drittens zu zeigen. Und wenn wir drittens nichts zeigen können, dann ist das zwar ein Modell von irgendwas, aber wir wollten ein Modell von S. Daher ist das wichtig. Speziell aber die Unterteilung in gerade, ungerade, die ist nicht wichtig. Also die Formeln könnten auch von irgendwie an anderen Stellen kommen, in diesem Strom von Formeln. Wir hätten einfach auch die Fallentscheidung darüber machen können, einfach ob die Formel, um die es gerade geht, von der Form ist oder nicht von der Form ist. Ich sehe gerade noch, phi gab es ja gar nicht, ich meine damit vielen. Gut, dann lasst uns mal die Sachen hier nachweisen. Also noch zu erstens der Tatsache, dass Bottom nicht in Delta Omega liegt. Was wir zeigen ist, wir zeigen, Delta N leitet nicht Bottom up in klassischer Logik für alle N. Das zeigen wir mit Induktion über N. Daraus folgt dann die Behauptung für Delta Omega. Denn wenn Bottom in Delta Omega liegen würde, dann würde es also heißen, dass man aus der Vereinigung dieser Delta N Bottom ableiten kann. Man hätte also irgendeinen Beweis von Bottom, der als Voraussetzungen all die Sachen in all den Delta N verwendet. Dieser Beweis hat endliche Länge. Also würde ein gewisses hinreichend großes Delta Groß N genügen, um Bottom abzuleiten. Und wir werden aber jetzt gleich gezeigt haben, dass keines der Delta N ins Bottom ableitet. Der Induktionsanfang N gleich 0 ist geschenkt, denn Delta 0 ist ja nur S, sind ja nur die Axiome von S und der Voraussetzung ist S konsistent. Also aus Delta 0 werden wir sicherlich nicht Bottom ableiten können. Gut. Und dann brauchen wir einen Induktionsschritt von N nach N plus 1. Der ist jetzt unterschiedlich schwer, je nachdem, ob N gerade ist oder nicht. Für den Fall, dass N ungerade ist, mache ich den Beweis nur mündlich und dann geht er nämlich wie folgt. Okay, wir müssen nachweisen, dass Delta N plus 1 nicht Bottom ableitet. Angenommen, Delta N plus 1 würde Bottom ableiten. Was ist Delta N plus 1? Wir sind in dem Fall, das heißt, aus dieser Menge von Formeln könnte man Bottom ableiten. So, jetzt schauen wir uns so einen hypothetischen Beweis von Bottom an, ausgehend von dieser Formelmenge. Es könnte sein, dass die Annahmen, die dieser Beweis verwendet, alle aus Delta N stammen und nicht aus der hinteren Menge. Wenn dem so ist, wissen wir, dass wir einen Widerspruch haben in der Metasprache, denn nach Induktionsvoraussetzung ist ja Delta N konsistent. Aus Delta N lässt sich nicht Bottom ableiten. Es könnte aber auch sein, dass auch Axiome aus der rechten Menge beteiligt sind, um den Widerspruch abzuleiten. Das einzige Axiom, was in der rechten Menge drin liegt, ist Phi N und es liegt genau dann drin, wenn Delta N plus Phi N konsistent ist. Das heißt, wenn wir es geschafft haben, aus der Bottom abzuleiten und in dieser Ableitung von Bottom kommt auch ein Element von dieser rechten Menge vor, also kommt Phi N vor, dann haben wir folgende Situation. Einerseits wissen wir nach Annahme, dass wir Bottom abgeleitet haben. Andererseits wissen wir, wir können nicht Bottom ableiten aus Delta N plus Phi N. Das ist ein Widerspruch und wir wollten Widerspruch zeigen, weil wir die Annahme, dass Delta N Bottom ableitet, zum Widerspruch führen wollten, um zu zeigen, dass dem eben nicht so ist und daher sind wir durch. Woher weiß ich, dass entweder etwas aus der rechten Menge vorkommt oder nicht? Ne, das weißt du im folgenden Sinne. Wenn du einen Beweis hast von Bottom oder von irgendwas anderem ausgehend aus dieser Formelmenge, dann heißt das also, du hast einen Beweisbaum, da können die Axiome von klassischer Logik und so weiter eingehen, die Schlussregeln. Und ansonsten können halt auch beim Beweisbaum noch Sachen eingehen, die nicht mit einem Strich weiter drüber begründet werden, nicht mit einem weiteren Teilbeweisbaum, sondern einfach Axiome sind. Axiome aus der Menge, die hier stehen. Okay, und wenn du jetzt also eine Formel hast, welche ein Axiom ist, welche nicht weiter begründet wurde nach oben in diesem Beweisbaum, dann weißt du, sie stammt aus dieser Menge. Okay, und welche Elemente liegen in dieser Menge nach Definition des Vereinigungszeichens? In dieser Menge liegen folgende Elemente. Erstens all die aus Delta n, zweitens die hier. Anders gesagt, wenn man ein Element phi aus dieser Formelmenge hat, aus dieser Vereinigung, weiß man, es liegt links oder rechts drin. Per Definition des Vereinigungszeichens. Das war überhaupt keine doofe Frage, weil wir ja in einer konstruktiven Meta-Theorie sind, aber das Vereinigungszeichen ist eben genauso definiert, dass wenn man ein Element aus der Vereinigungsmenge hat, dass es dann in dem linken oder dem rechten liegt. Und wir können eben für jedes der Axiome, wissen wir dann eben, stammt es aus der linken oder der rechten Menge. Wenn alle verwendeten Axiome immer aus der linken Menge stammen, haben wir nach Induktionsvoraussetzung Widerspruch. Und wenn es mindestens einmal vorkam, dass dieses Axiom verwendet wurde, dann wissen wir, wir haben auch einen Widerspruch, weil wir hätten das phi n nur dann in diese Menge gepackt, wenn Delta n plus phi n konsistent ist. Ich behaupte hier nicht, dass man konstruktiv zeigen kann, dass phi n in dieser Menge liegt oder dass es nicht in dieser Menge liegt. Das behaupte ich nicht und das wäre auch eine falsche Behauptung. Hier geht die Flexibilität der Mengen ein. Also in konstruktiver Mengenlehre muss es halt nicht so sein, dass man für jedes Element weiß, ob es in der Menge drin liegt oder nicht. Es genügt auch einfach die Bedingung zu wissen, wann es in der Menge drin liegt. Und phi n liegt eben genau dann in dieser Menge, wenn Delta n plus phi n konsistent ist. Ich unterstelle nicht, dass ich weiß, ob das der Fall ist oder nicht. Also das heißt, das phi n dürfte noch nicht in dem Delta n liegen. Richtig? Genau, phi n tut auch. Also ich sehe das ja noch nicht in dem Beweis, was es sicherstellt. Ach so, du meinst... Musst du irgendwie die Aktionen ausschließen von diesem phi n? Musst du nicht, weil, also die Frage ist gerade, ist es schlimm, dass der Beweis nicht ausschließt, dass phi n nicht eventuell auch in Delta n vorkommt? Okay, musst du nicht ausschließen, weil nach Voraussetzung ist ja Delta 0 konsistent. S ist ja als konsistent angenommen. Aus Delta 0, also kann man auf jeden Fall keinen Widerspruch ableiten. Also wenn, aber du hattest recht, also meine mündliche Erklärung hatte schon, hatte noch eine, war noch nicht vollständig, ja? Wenn wir, nö, ich glaube, sie war vollständig. Du musst nicht die extra Fallunterscheidung treffen, ob phi zufälligerweise schon, phi n schon zufälligerweise früher drin lebt. Und wenn all die verwendeten Axiome links drin lagen, sind wir nach Induktionsvoraussetzung fertig. Und wenn mindestens einmal ein Axiom verwendet wurde aus der rechten Menge, das ist zufälligerweise das Axiom phi n, ist mir aber auch recht egal. Wenn phi n verwendet wurde, dann wissen wir, wir haben also einen Widerspruch herleiten können unter Verwendung von folgenden Axiomen, irgendwelche, die in L-Delta drin ist, Delta n drin sind und auch phi n. Insbesondere hätten wir einen Widerspruch folgen können, wenn wir uns ganz Delta n erlauben und phi n. Wir sehen aber, Delta n plus phi n ist konsistent. Das ist eine Abkürzung für alle Formeln phi mit der Eigenschaft phi gleich phi n und dieses Zeug, Delta n plus phi n konsistent. Ja, und ein Axiom von Mengenlehre ist, dass egal welche Formel man hier hinschreibt, dass es immer die Menge derjenigen phi gibt aus einer Obermenge, die schon als existent vorausgesetzt sein muss, ja, Menge der Formeln, Menge der Formeln, sodass das gilt. Also man darf immer ausschneiden. Ich habe nicht ganz genau gesagt, wie stark meine Metamengentheorie sein soll, aber wenn sie den Namen Mengenlehre verdient, dann ist es möglich, Teilmengen auszuschneiden mit Formeln. Vielleicht sind manche von euch Fans von, wer ist diese coole Mengentheorie, die endlich axiomatisierbar ist? Habe ich mal vergessen. Da gibt es jedenfalls Einschränkungen für dieses Axiom, was einem erlaubt, das zu machen. Da darf man hier nur stratifizierte Formeln verwenden, aber die wäre stratifiziert, also das würde sogar da noch durchgehen. Also es ist mir wirklich sehr egal, welche Mengentheorie man in der Metatheorie verwendet, weil alle, die einen Namen haben, alle, die auf Wikipedia stehen, können das unterstützen. Okay, der Fall n gerade ist noch interessanter. So, da haben wir ja ohne Rücksicht darauf, ob irgendwas konsistent bleibt oder nicht, einfach mal diese Formel zu Delta, zu Delta n plus 1 dazugenommen. Gut. Und wir müssen zeigen, dass das immer noch ein konsistentes System ist. Also sagen wir, angenommen Delta n vereinigt mit dieser Formel, leitet ein Widerspruch ab. Und das wollen wir jetzt auf den Widerspruch führen, um eben zu sehen, dass dem nicht so ist. Okay, und da geht jetzt folgende Beobachtung ein. Dieses xn halbe, das war eine frische Variable, die in all den anderen Formeln, die schon in Delta n drin sind, nicht vorkommt. So war am Anfang der Variablenvorrat der x definiert. Möglicherweise kommen in Delta n ganz viele Formeln mit freien Variablen vor, das kann schon sein, aber die freie Variable xn halbe wird jedenfalls nicht vorkommen. Gut. Das heißt, aus Sicht der anderen Annahmen, die man eben, die dieser angebliche Beweis von Bottom verwendet aus Delta n, hat xn halbe überhaupt keine Sonderrolle, weil eben xn halbe sonst nicht namentlich referenziert wurde hier drin. Das bedeutet, wenn es einen Beweis von Bottom gibt aus diesen Annahmen, dann gibt es auch einen Beweis von Bottom mit folgender schwächere Annahme. Dann leitet auch Delta n vereinigt folgendes einen Widerspruch her. Es gibt ein y von derselben Sorte, sodass, wenn 4 in y gilt, das der Fall ist. Der einzige Unterschied zwischen den beiden Sachen ist, hier stand ganz konkret xn halbe, das war eine konkrete Variable, die wir uns vorher genommen hatten. Hier steht jetzt dran, irgendein y. wenn der Beweis nur diese Voraussetzung verwenden darf, dann darf er halt nur sagen, okay, nach Voraussetzung gibt es ein y, sodass das gilt. Und er kann nicht mal unterstellen, dass das y genau die Variable xn halbe war. Aber das würde ihm nichts helfen, weil xn halbe keine Sonderbehandlung hier vorne hat. So, jetzt gibt es eine Sache, die sprachlich unsauber war von mir. Ich habe hier ein Existenzzeichen hingeschrieben. Aber wir haben ganz am Anfang gesagt, ohne Einschränkung gibt es kein Existenzzeichen mehr. Ich muss das also ersetzen. Statt Existenzzeichen Es geht jetzt so weiter. Statt Existenzzeichen, meinetwegen, muss ich halt die klassische Umschreibung dafür nehmen. Also nicht für alle y, nicht. Das drückt genau dasselbe aus. Die Begründung von eben funktioniert ganz genauso noch. Gut. Und jetzt sehen wir aber Folgendes. Das, was jetzt da dran steht, in runden Klammern, das ist sowieso einfach eine klassische Tautologie. Ist eine klassische Tautologie. Also die folgt sowieso ohne weitere Annahmen nur aus den Schlussregeln von klassischer Logik. Das ist eben genau das Trinkerparadoxon. Auf jedem bewohnten Bauernhof gibt es ein Pony, was genau, mit der Eigenschaft, dass sich genau dann alle Ponys über Mathe freuen, wenn sich dieses über Mathe freut. Eine Subtilität ist drin. Eventuell habt ihr es gerade bemerkt. Das Trinkerparadoxon ist nur dann eine klassische Tautologie, wenn ich auch einen Term zur Verfügung habe von der Sorte, um die es hier geht. Das wollte ich eigentlich nicht voraussetzen. Übungsaufgabe repariert den Beweis für den Fall, dass wir nicht wissen, dass die Sorten bewohnt sind. Wir machen aber ansonsten weiter. Also das ist eine klassische Tautologie. Das bedeutet, ich hätte gar nicht das als Zusatzaktion hier aufführen müssen. Ich kann auch einfach kurz als Fazit sagen, dass auch Delta n schon bottom-up leitet, in klassischer Logik. weil Delta n leitet sowieso diese Tautologie da hinten ab, weil schon die leere Menge an Formeln die Tautologie ableitet. So, und nach Induktionsvoraussetzung aber stimmt es gar nicht, dass bottom aus Delta n ableitbar ist. Ah, so zeigen wir eins. Machen wir gleich noch zweitens, nur einen kleinen Ausschnitt davon und dann sind wir durch damit. Fragen? Ist es richtig, dass wenn die Sorte, also wenn wir nicht wissen, dass die Sorte bewohnt ist, dass wir schon Probleme mit x in halbe kriegen? Ist es richtig, dass wenn wir nicht wissen, dass die entsprechende Sorte bewohnt ist, dass wir schon Probleme mit x in halbe kriegen? Nein, das noch nicht. Denn x in halbe ist nur eine Variable. Variablen können wir uns von jeder Sorte gönnen, ohne zu unterstellen, dass die Sorte bewohnt ist. Das ist auch sonst ein bekanntes Phänomen aus ganz normaler Mathematik, wie man sie in L1 am ersten Tag an der Uni hat oder sowas. Wenn man zeigen will, dass eine Menge leer ist, ist folgendes Vorgehen völlig okay. Sei x ein Element aus Groß x beliebig und jetzt argumentierst du irgendwie und leitest Bottom-up. Dann hattest du zwar zwischenzeitlich dir einen Variablen-Namen gegönnt für ein angebliches Element von x, das hat aber nicht bedeutet, dass die Menge plötzlich bewohnt ist. Genau, aber ich meine, da zeige ich ja in Wirklichkeit eine alle Aussage. Richtig, hier ist es ein bisschen anders. Das ist ein bisschen anders. Genau, da hast du schon recht. Trotzdem, ich darf mir immer Variablen-Namen gönnen für alle Sorten. Was ich halt nicht machen darf, ist, ich darf mir nicht irgendwie ein Beweisprinzip gönnen, was plötzlich dazu führen würde, dass ich ableiten darf, dass die Sorte bewohnt ist. Also ich darf mir nichts gönnen, sodass ich das da plötzlich ableiten kann. Aber nur, dass ich mir Variablen von der Sorte x gönne, das genügt mir zum Glück nicht, um das ableiten zu können. Warum? Wenn ich sage, okay, ich gönne mir eine Variable von der Sorte x, sagen wir a, dann kann ich im Kontext a, Doppelpunkt x durchaus das da ableiten. Aber das war ja nicht die Frage. Die Frage war, kann ich im leeren Kontext das ableiten? Gut, und dazu müsste ich so eine Substitutionsregel verwenden. Dazu müsste ich alle, also wenn ich die freie Variable hier wegbekommen will, dann müsste ich sie ersetzen durch einen konkreten Term, den ich habe. aber ich kenne ja keinen konkreten Term aus x und deswegen kann ich die Substitutionsregel hier nicht anwenden und deswegen zum Glück kann ich das nicht folgern. In anderen Darstellungen von Gensens oder von Hilberts Kalkül zum Beispiel, da sind die Leute ein bisschen unachtsamer. Da erlauben sie zum Beispiel schon, dass man frei Variable einfach immer weglassen darf. Das machen sie deswegen, weil sie unterstellen, dass niemand über Systeme sprechen würde, wo nicht jede Sorte auf jeden Fall bewohnt ist durch einen Term, weil sonst wäre es komisch, die Sorte zu betrachten, so die Argumentation der Leute. Und dann ist es, also wenn man das einfach unterstellt, dass alle Sorten sowieso durch einen Term bewohnt sind, dann ist es okay, weil dann kann ich auch einfach diesen Term da einsetzen und dann verschwindet die Variable quasi. Aber das wollen wir nicht machen, einfach deswegen, weil wir Systeme auch untersuchen wollen, wo das System nicht unbedingt zeigen kann, dass die Sorte bewohnt ist oder nicht bewohnt ist. Wo das vielleicht unklar ist. Sonst noch Fragen? Ja. Deine Definition von Delta n plus 1 von n gerade ist, hat sich da was hinten bei der Formel geändert? Weil ich habe mir noch aufgeschrieben, dass das irgendwie von der Form Phi x n halbe daraus folgt, für alle x Phi und Phi n war dann das gleiche wie für alle x. Ach so, Mist. Ja, ja. Danke, danke, danke. Das war nicht richtig. Also hier stand schon Phi. Frage ist, was war das Phi, was hier stand? Danke, dass du das gesagt hast. Wobei Phi so, dass die Formel Phi n, um die es hier geht, von der Form ist für alle x Phi. Danke. Ja, genau. Dieses Phi war es. Genau, da muss man dann auch Phi jeweils nur schreiben, ja. Da hinten ist es mir zum Glück, weil ich es einfach vergessen hatte, geglückt, ne. Phi ist, das Phi hier ist dasselbe wie in der Ergänzung jetzt von dort, ja. Vielen Dank. Dann lasst uns mal zweiten ziehen. So, das ist eine Induktion über den Aufbau von Phi. Ich mache nicht alle Fälle, ich mache einen interessanten Fall, den Rest, wenn es euch interessiert. Macht es selbst, ist überhaupt nicht schwer, geht völlig konstruktiv durch, gar kein Problem. Ich will exemplarisch zeigen, nur einen von vielen Fällen, ich will zeigen, genau, ich will zeigen, wenn das der Fall ist, dann liegt die Formel für alle x Phi auch wirklich in Delta-Omina. ganz kurze Bemerkung noch, als wir drittens gezeigt haben, da haben wir eigentlich nicht die volle Stärke von zweitens verwendet, sondern nur die Rückrichtung hier. Das mit diesem Trinker-Ding, dass das wichtig ist, das ist aber nur etwas, was entscheidend ist für die Hinrichtung, für das, was ich jetzt mache. Also hier wird man jetzt gleich sehen, warum das Trinker-Paradoxon oder warum diese Trinker-Aussage interessant ist. Daher könnte man denken, dass es vielleicht doch klappt, wenn ich keine Sonderbehandlung für allquantifizierte Formeln einführe. Dem ist aber nicht so, denn in den anderen Fällen, die ich jetzt unterdrücken werde, wenn man Delta-P-Induktion zeigen will, und zwar auch wenn man die Rückrichtung, das ist das Einzige, was für drittens relevant ist, zeigen will, braucht man in der Instruktionsvoraussetzung für andere Formeln auch die Hinrichtung. Weil man muss es ja auch irgendwann auch mal für Implikationen zeigen und dann dreht sich die Kontravarianz da um. Also ich werde das, ich werde nicht schaffen, nur die Rückrichtung per Induktion zu zeigen. Ich muss die Behauptung verstärken, damit ich es dann mit Induktion zeigen kann, nämlich zu einer genau dann wenn-Aussage. Okay, das zeigen wir jetzt auf jeden Fall. Was bedeutet das nochmal? Das bedeutet, dass für alle x aus der entsprechenden Interpretation der Sorte phi gilt. Und wir müssen jetzt das da ableiten. Also, gelte das da. Das heißt, ja, schreibe ich nicht genau, was das heißt. Jetzt muss ich wieder diese Umgebung machen, das will ich jetzt nicht. Gelte das da. So, wir wissen, das bedeutet, egal was ich für x einsetze, aus meiner gewählten Interpretation von der Sorte groß x, phi stimmt dann dafür. Das heißt, insbesondere haben wir folgendes. phi von x in halbe für x eingesetzt. Denn x in halbe ist ein Element von dem Ding hier. Das ist ein Term. Ein Term, der eine freie Variable enthält, aber ich habe bei der Definition von der Interpretation von x auch durchaus Terme mit freien Variablen zugelassen. Okay, also haben wir das. Nach Induktionsvoraussetzung, wir machen hier eine strukturelle Induktion über den Aufbau von phi, folgt, dass diese Formel ein Element von Delta Omega ist. Nach Konstruktion von Delta Omega gilt, dass diese Trinkeraussage in Delta Omega liegt. Und naja, Delta Omega ist abgeschlossen unter Sachen, die man in klassischer Logik folgern kann. Aus diesen beiden Zutaten kann ich sicherlich das da hinten folgern. Und das war zu zeigen. Ich finde den Beweis hier ganz nett. Also wir gönnen uns diese neuen Variablen und die entscheiden dann tatsächlich auch möglichst so im Sinne des Trinkerparadoxons über die Aussage da hinten. Wenn ich irgendwie aus irgendwelchen Gründen so weit bin, dass ich weiß, dass im Modell phi zutrifft für alle Terme, dann weiß ich es halt auch für x in halbe. Und das löst dann aus wiederum, dass auch wirklich beweisbar ist, dass für alle x phi gilt. Und so haben wir die Richtung nach rechts. Ist eine Variable, genau. Ist keine Konstante. Das stimmt nicht. Zumindest nicht in diesem Aufbau vom Beweis. In dem, den man auf Wikipedia sieht, da gönnt man sich Konstanten statt Variablen. Aber ich habe hier genommen die Menge der Terme mit möglicherweise vorkommenden freien Variablen. x in halbe ist dann ein Term der Sorte so und so, der eine Freie Ware blendet. Es ist schon so ein bisschen pfiffig, finde ich, diese Beweisidee. Okay, das bedeutet ja insbesondere, dass wir in unserem Modell, dass wir dann basteln, die Sorten schon bewohnt sind. In unserem Modell dann, so wie wir es jetzt gemacht haben, sind dann schon alle Sorten bewohnt. Richtig. Deswegen musst du ja die Übungsaufgabe noch beenden. Ich darf nicht wirklich diese Formel dazunehmen, wenn ich nicht unterstellen will, dass alle Sorten bewohnt sind. Ja, aber tut das weh, wenn ich unterstelle, dass alle Sorten bewohnt sind? Ja, ist ein bisschen unschön. Die Frage war gerade, ob es weh tut, wenn man unterstellt, dass alle Sorten bewohnt sind. Also ich meine, macht das die Aussage kaputt? Also ich meine, warum brauche ich, dass es selbst beweisen kann, dass alle Sorten bewohnt sind, um dann dieses Modell zu konstruieren? Also um konkret diesen Beweis zu verwenden, schon. Warum? Weil es sonst nicht stimmt, dass das hier eine klassische Tautologie ist. Ah, okay. Wenn du dich eben an deinen ersten Tag an der Uni erinnerst, als du damals das bewiesen hast, dann hast du verwendet, dass es einen Y gibt. Weil der Beweis ging so, entweder ist es nicht der Fall, dass für alle X Phi gilt, dann weißt du, es gibt ein Y, sodass für dieses Y nicht Phi gilt. Alles klassische Logik. Und dann bist du fertig. Aber was ist eben ein anderer Fall? Angenommen, für alle X gilt Phi. Gut, dann ist es egal, welches Y, du nimmst die Folgerung, wäre immer richtig, aber du brauchst ein Y. Epsilon. Genau, das muss halt die Theorie beweisen können, dazu brauchst du einen Term. Oder es braucht nicht unbedingt einen Term von der Sorte, es braucht nur einen internen Existenzbeweis, dass die Sorte bewohnt ist. Das ist ein bisschen schwächer als einen Term zu haben. Zum Beispiel, eine Mengelehrer hat ja, also eine normale Zemile-Frenkel-Zwecher hat ja keinen einzigen Term. Trotzdem beweist es, dass es die leere Menge gibt und dass es die Menge N gibt und so weiter und so fort. Okay. Ich werde das jetzt mal hier rechts wegwischen oder da unten mal wegwischen, dann steht der Satz noch dran und ich will euch zwei Konsequenzen von dem Satz noch kurz sagen, die letztes Mal angespoilert waren und dann machen wir weiter mit Realisierbarkeitsteorie. Also, Bemerkung. Es gibt ein Modell von Piano-Arithmetik, welches glaubt, dass Piano-Arithmetik konsistent ist. Ich begebe mich der Einfachheit halber jetzt kurz in eine klassische Metatheorie. Dann stimmt Folgendes. Das Standardmodell N, die natürlichen Zahlen, in denen gilt die Aussage Kon-PA. PA ist Konsistent. Warum? Wenn man aufdröselt, was das bedeutet, zur Erinnerung, das war der Prozessbestand einfach darin, dass man jedes logische Zeichen, das hier in Vorkommt, auf die Metaebene zieht, dann drückt das, was jetzt an der Tafel steht, einfach aus, dass Kon von PA stimmt. Dass also Piano-Arithmetik konsistent ist. Wenn wir so etwas wie Mengenlehre als Metasprache verwenden, dann ist das eine trivial wahre Aussage. Denn wir können ein Modell von Piano-Arithmetik angeben, nämlich gerade N. Gut. Aber es gibt auch ein Modell von Piano-Arithmetik, welches glaubt, dass Piano-Arithmetik nicht konsistent ist. Das war keine tiefsinnige Aussage. Das Interessantere kommt jetzt. Es gibt ein Modell M von PA sodass in M die Voraussage gilt Incon PA. PA ist inkonsistent. Wieso weiß ich, dass es so ein Modell geben muss? Denn wir wissen, dass PA plus das Axiom das PA inkonsistent ist. Wir wissen, dass diese Theorie konsistent ist. Und zwar wissen wir das nach Gödel 2. Warum? Stellt euch vor, man könnte einen Widerspruch ableiten aus diesem System. Dann heißt es also, all die Axiome von Piano-Arithmetik zusammen mit dem Axiom, dass Piano-Arithmetik inkonsistent ist, formuliert als Aussage über natürliche Zahlen, wie wir es im Kapitel über Arithmetik Dosierung von Syntax gelernt hatten. All diese Axiome sind mächtig genug, um insgesamt zusammenzuwirken, um Bottom abzuleiten. Das können wir aber noch ein bisschen anders formulieren. Wir können es auch so formulieren. Die Axiome von PA sind mächtig genug, um ableiten zu können, dass Incon von PA Bottom impliziert. Indem ich einfach das nochmal einmal auf die rechte Seite bringe. Ich schaue mich wieder so ganz komisch an wie am Mittwoch, als ich genau dasselbe Argument gebracht hatte. Ich schreibe das einmal auf, das Argument einfach. also, das ist supra-allgemein, ja? Wenn S plus Phi Bottom ableitet, das System S ergänzt um das Axiom Phi. So. Dann weiß ich auch, dass S nicht Phi ableitet. Nach den Schlussregeln von Gensens Kalkül. Okay. Also, angenommen, PA plus die Inkonsistenzannahme von PA würde Bottom ableiten. Dann würde PA auch ableiten, nicht Incon PA. Das war unsere Definition von Con PA. Und wir wissen aber, PA zeigt nicht die Konsistenz von PA, weil es selbst konsistent ist. Dass PA konsistent ist, wissen wir, weil wir eine gute Meta-Theorie verwenden. Gut. Also ist dieses System konsistent. Und nach dem Satz, den wir bewiesen haben, gibt es also ein Modell. Es gibt also ein Modell von PA-Arithmetik, welches glaubt, dass PA-Arithmetik inkonsistent ist. Macht euch ein bisschen darüber wieder Gedanken, was das bedeutet. Wie war Incon PA nochmal definiert? Das war definiert als, es gibt einen P, so dass Proof P, Gödel-Nummer von Bottom, 1 ist. Es gibt ein P, so dass P ein korrekter Beweis ist von Bottom, als Zahl kodiert. Wie tausendmal angemerkt, Proof hier ist nicht wirklich ein Funktionssymbol in P-Arithmetik, aber wir können es gerne ergänzen, weil es primitiv rekursiv ist. Das heißt, wenn wir uns in die Sicht von M begeben, dann gibt es tatsächlich einen Beweis von Bottom, zumindest eine Zahl, welche eine Gödel-Kodierung von einem korrekten Beweis von Bottom darstellt. Und jetzt kann man sich natürlich schon mit ein bisschen Fug und Recht fragen, welche Zahl ist das? Das Modell leitet, in dem Modell stimmt es, dass es ein P gibt, so dass Blabla. Nach unserer Definition von dieses Zeichens heißt es, es gibt ein P aus dem Modell M oder genauer aus der Interpretation der Sorte N von M, so dass das dann in dem Modell gilt. Frage, welche Zahl ist das? Und da sehen wir, es kann keine der natürlichen Zahlen sein, die wir kennen. Es kann kein Numeral sein. Das kann nichts sein von der Form S von S von S von S von Null, wobei die Null jetzt das Nullelement von dem Modell und S die Successor-Funktion von dem Modell meint. Das kann nicht sein, denn wir wissen ja, für all solche Zahlen ist es nicht der Fall, dass diese Zahl einen korrekten Beweis von Bottom kodiert. Denn wir wissen, es gibt keinen korrekten Beweis von Bottom, weil PA konsistent ist. Das heißt, dieses P, was es in diesem Modell gibt, dieses P, was eben die Kodierung von dem korrekten Beweis von Bottom darstellt. Das kann keine der Zahlen sein, die wir kennen, die es in den normalen natürlichen Zahlen gibt. Das ist also eine sogenannte nicht-standard-natürliche Zahl. Wenn wir uns das Modell M hinmalen würden, dann sähe das so aus. Wir haben einen Zahlenstrahl, es geht los mit 0, 1, 2. Oder besser sollte ich vielleicht sagen, oder ich sollte es zumindest klären, 0, damit meine ich das das Nullelement von M, welches es so ist. Und mit der 1 meine ich, ich sollte hier vielleicht so diese Interpretationsklammern drum setzen, und mit der 1 meine ich die Anwendung der Interpretation der Successor-Funktion auf die Interpretation des Null-Symbols. Und hier halt 2 mal S angewendet und so weiter. Gut, so geht es los. Aber wir wissen, irgendwann kommt halt auch eine bestimmte Zahl, ich nenne die jetzt mal P0, welche aus Sicht von M die Kodierung von dem korrekten Beweis von Bottom ist. Danach kommt übrigens auch P0 plus 1. Das sollte ich in Wahrheit wieder nicht so schreiben, sondern ich sollte das Plus-Symbol hier doppelt einkasteln, in diese Interpretationsklammern. Und hier 1 auch. Und es wird auch etwas davor geben. Denn man kann doch zeigen in P-A-Norithmetik, dass jede Zahl einen Vorgänger hat, sofern sie nicht 0 ist. P0 ist nicht 0, also hat sie einen Vorgänger. Ja, und so entwickelt sich so ein Bonus-Zahlenstrahl also nach links und hier auch noch mal nach rechts. Und die Übungsaufgabe besteht darin, dass ihr euch einfach mal ein bisschen Gedanken machen sollt, wie so ein Zahlenstrahl aussehen könnte. Es gibt noch viel mehr Elemente, deren Existenz sich aufdrängt, weil diese Struktur immer noch die Piano-Axome erfüllt. Dieses P0 würde man als unendlich große Zahl bezeichnen, weil sie weiter rechts liegt als alle endlichen Zahlen, die man kennt. Das heißt, wie sieht also dieser Inkonsistenzbeweis von P-A aus? Das ist nicht wirklich ein Beweis, sondern das ist ein unendlich langer Beweis. Aber aus Sicht von M ist es ein ganz normaler super Standardbeweis. Wird halt kodiert durch die natürliche Zahl P0. und mein Gastgeber in Warwick, bei dem ich Anfang dieses Jahres war, Adam Epstein, extrem cooler Typ, der hat immer bedacht, wenn man so Beweise führt und so weiter und wenn man die ein bisschen informal führt, wenn man die nicht wirklich mit Institutionen führt, hat immer bedacht, dass es sein könnte, dass so ein Versum, in dem wir leben, ein Nichtstandarduniversum ist, ohne dass wir es mitbekommen. Weil es gäbe keine, also es ist ein bisschen Quatsch, weil es plötzlich eine Aussage über die reale Welt ist, aber der Punkt ist schon valide. Das Modell selbst kann ich herausfinden, ob irgendwelche Zahlen Standard sind oder Nichtstandard sind. Wenn ich irgendwie ausdrücken würde, wenn ich versuchen würde und zum Beispiel definieren würde, eine Zahl ist genau das Standard, wenn es ein n gibt, so dass sie von der Form s von s von n von 0 ist, n mal s geschrieben. Nach dieser Definition ist jede Zahl Standard, denn auch eine Nichtstandardzahl, die kann ich ja dann auch wie dieses s gibt ein n verwenden. Dann nehme ich halt eine Nichtstandard auf die Wiederholung von s. Es ist nicht angedacht quasi von den Schöpfern der Piano-Axiome, sowas wie Piano oder ich glaube in Wahrheit war es Dedekind ein paar Jahre vorher, dass es solche komischen Geister-Modelle gibt. Modelle, die erstens, also es ist überhaupt nur mehr als ein Modell gibt, das war nicht unbedingt gewollt und schon gar nicht war gewollt, dass es ein Modell gibt, was die Inkonsistenz von Piano-Rithmetik aus, in dem die Inkonsistenz von Piano-Rithmetik stimmt. Das lässt sich aber nicht verhindern in Logik erster Ordnung. Immer wenn man ein System hat, was konsistent ist, dann gibt es auch immer nicht nur irgendwie ein Modell, an das man gedacht hat, sondern es gibt auch weitere Modelle, es gibt Modelle, die die Inkonsistenz der Theorie behaupten und eine Übungsaufgabe ist, ihr sollt zeigen, dass es kontinuum viele, echt verschiedene Modelle gibt. Also das gibt es automatisch bei jeder konsistenten Theorie. Das ist ein großer Kritikpunkt quasi an Logik erster Ordnung. Die ist niemals gut genug, es sei denn, das System ist inkonsistent oder erfüllt nicht die Voraussetzung von Gödel 1, das heißt es ist ein ganz schwaches System. Logik erster Ordnung ist niemals gut genug, um Eindeutigkeit von Modellen zu generieren, zu garantieren. Logik zweiter Ordnung ist es, aber Logik zweiter Ordnung hat wieder ganz andere Probleme. Erstens ist es gar nicht so klar, wie man das formulisiert, weil bei Logik zweiter Ordnung darf man über Teilmengen sprechen, aber es sind schon Mengen. Und zweitens, für Logik zweiter Ordnung gilt auch nicht so ein Satz wie hier. Das ist auch ein bisschen schade, weil das ist ein schöner Satz, der einem zum Beispiel erlaubt, diesen anderen Satz vom letzten Mal zu beweisen, dass semantische Implikationen schon syntaktische Implikationen bedingt. Wie auch immer. Noch ein zweites Beispiel zu Mengenlehre. Wenn es ein Modell von ZFC oder eurer Lieblings Mengenlehre gibt, wenn es ein Modell von ZFC gibt, so gibt es auch ein abzielbares Modell von ZFC. ZFC hat genau eine Sorte, nämlich für Mengen. Dieses Modell besteht also aus der Angabe von einer bestimmten Menge, wo dann all die Mengen des Modells drin sind. Und mit abzielbares Modell meine ich eben, dass diese eine Menge abzielbar ist. Warum stimmt die Bemerkung, die hier steht? Naja, wenn ZFC ein Modell hat und ist ZFC auch konsistent, also ist der Satz anwendbar, aber der Satz liefert ein klassisches abzielbares Modell. Denn wir haben nur so die Menge der Terme genommen, die war abzielbar. Okay, und das ist so ein bisschen witzig, weil das Modell glaubt nicht, dass es nur abzielbar viele Mengen gibt. In dem Modell, das ist ein ehrliches Modell von ZFC, kann man alles beweisen, was halt ZFC, oder gilt alles, was ZFC beweisen kann. ZFC kann ja mühelos beweisen, dass es überabzielbar und endlich viele verschiedene Mengen gibt. Zum Beispiel all die Ordinalzahlen sind da schon mal viel, viel mehr als abzielbar oder sowas. Also es ist überhaupt kein Problem für ZFC nachzuweisen, dass es überabzielbar viele Dinge gibt. Und diese Aussage stimmt also innerhalb des Modells. Aber sie stimmt nicht von Wahrheit. In Wahrheit, von oben drauf geschaut. Wenn jetzt meine Meta-Theorie, sagen wir mal, ZFC ist, gibt es da ein Modell von ZFC? Gute Frage. Wenn meine Meta-Theorie ZFC ist, können wir dann zeigen, dass es ein Modell von ZFC gibt? Nein. Denn wenn wir zeigen könnten, in dieser Meta-Theorie, dass ZFC ein Modell besitzt, dann würde ZFC die Konsistenz von ZFC zeigen. Wir wissen, das geht genau dann, wenn ZFC ungegenkonsistent ist. Also mein Nein sollte ich vielleicht zurücknehmen zu einem, wer weiß. Ich habe auf der letzten Gaben- Logik-Konferenz in Leeds, habe ich zwei Mengen-Theoretiker gefragt, ob sie glauben, dass ZFC konsistent ist. Was vielleicht eine nicht höfliche Frage war, weil sie ja Mengen-Theoretiker waren. Aber haben sie gemeint, natürlich ist ZFC konsistent, weil schon ZFC plus U die Existenz von einem Modell von ZFC impliziert. Was ist U? Im Wesentlichen ist Axiom, dass es ein Modell von ZFC ist. Aber der Punkt ist halt, Mengen-Theoretikerinnen, die untersuchen nicht nur dieses System und sind dabei noch nicht auf Widersprüche gestoßen, sondern viel, viel krassere Systeme, zum Beispiel Axiom, dass es unendlich viele unerreichbare Kardinalzahlen gibt und dann noch viel mehr Sachen, wo ich gar nicht die Wörter für kenne. Und auch bei diesem viel, viel stärkeren System kam bisher noch nie ein Widerspruch auf, deswegen ist dieses System, was ja also quasi das ganz am unteren Ende von der Krassheit von Erweiterung von ZFC ist, sehr, sehr sicher konsistent und daher ist erst recht ZFC konsistent. Als ich klein war, gab es noch folgenden Witz auf Wikipedia und zwar gibt es eine Liste auf Wikipedia von großen Kardinalzahl-Axiomen, U ist eines von denen und es gibt dafür nicht wirklich einen Grund, der bisher bekannt wäre, aber es ist ein empirisches Faktum, dass all die Axiome für die Existenz von sehr großen Mengen, die man bisher so entdeckt hat, dass die sich ganz klar in einer Kette anordnen lassen, was die Stärke von denen angeht. Also es ist nicht so, dass man bisher schon zwei große Axiome gefunden hat und untersucht hat, sodass die unvergleichbar wären, sondern für jedes Axiom, was momentan so im Gebrauch ist, ist es so, dass entweder das eine stärker als das andere ist oder andersrum. Deswegen konnte Wikipedia diese Liste von Axiomen sortieren, ja, von schwach nach stark. Und das schwächste große Kardinalzahl-Axiom war halt die Menge der natürlichen Zahlen existiert. Das würde niemand auch wirklich als ein großes Kardinalzahl-Axiom akzeptieren. Und das stärkste damals, als ich noch ein Kind war, war 1 gleich 0. Ich fand das bezieht. Es gab übrigens ein Axiom, was die Leute kurzzeitig verwendet hatten und dann festgestellt haben, dass es inkonsistent ist, nämlich das Axiom, dass es Kardinalzahlen gibt. Wobei, hmmm war ein bestimmter Name, den ich jetzt vergessen habe. Ich könnte aber auch Wikipedia noch lesen. Gut, das war, was ich euch zum Vollständigkeitssatz mitgeben wollte. Jetzt machen wir Realisierbarkeitstheorie. Du hast die Bemerkung begründet mit, ja wir wenden einfach den Satz ab, aber der Satz hat ja definiert diese Menge, die Interpretation, ja, also die Menge der Terme, mit freien Variablen, ja, aber gibt es Terme, die das steht, ist es dann die leere Menge? Kann man dazu sagen, es gibt ein leeres Modell? Also, das könnte man sagen, aber die leere Menge erfüllt nicht die ZfC-Axome, weil ein ZfC-Axom ist, dass es die leere Menge gibt zum Beispiel, es gibt also mindestens eine Menge, die ZfC-Axome sind stark genug, um zu sagen, dass es eine Menge gibt. Oder muss man da den Mikrofonell anpassen? Ne, ja, lass mich überlegen, was da schickgelaufen ist. Achso, ne, ganz einfach, sorry. ZfC hat keine konstanten Symbole, deswegen gibt es keine Terme im leeren Kontext. Aber ZfC, wie jedes formale System, hat Variablen-Symbole, Variablen-Namen. Und das heißt, deine Interpretation ist aus ganz vielen Variablen einfach zusammengesetzt. Das ist quasi so ein bisschen ein blutleeres Modell, ja, weil die Elemente von deinem Modell von ZfC sind dann also nur Variablen-Namen, in Ecke die Klammern geschrieben, weil es sich verwendet lassen eigentlich waren. Und manche dieser Variablen-Namen gelten dann halt als gleich, weil manche halt identifiziert wurden. Welche genau, weißt du nicht so genau, weil du die Konstruktion hier ja, also die kannst du schon durchführen, aber du weißt ja trotzdem nicht genau, welche Formel du jetzt mit in das Delta-Omega getan hast. Du weißt, es ist ein Modell, aber du weißt nicht besonders viel darüber. Außer, dass die ZfC-Axome für das Modell stimmt. Das ist schon eine starke Aussage natürlich. Gut, lasst uns zu Realisierbarkeitstheorie kommen. Das ist dann, glaube ich, Abschnitt großrömisch drittens. Eins war Grundlagen, zwei war Arithmetisierung von Syntax und jetzt sind wir bei Realisierbarkeitstheorie. Okay, ich will mal grob sagen, was man damit machen kann und dann schauen wir so ein bisschen erstmal informal, was es darum geht und dann machen wir auch formale Definitionen. Das ist dann, glaube ich, Abschnitt zu Realisierbarkeitstheorie. Das ist dann, glaube ich, Abschnitt zu Realisierbarkeitstheorie. Gut, also was steht hier? Diverse Dinge. Gehen wir es mal grob durch. Historisch einer der Hauptmotivationen für Realisierbarkeitstheorie und heute keine besonders wichtige Motivation mehr, weil das einfach schon erledigt ist, sind Konsistenzbeweise zu führen. Und zwar Beweise der Art, wenn dieses System konsistent ist, ist auch dieses System konsistent. Und dabei ging es eben insbesondere wieder um so Sachen wie, ist denn Piano-Arithmetik konsistent, ist Mengenlehre konsistent oder sowas. Man kann das natürlich nicht irgendwie annahmenslos zeigen, man kann nicht einfach zeigen, PA ist konsistent, aber man kann mit Hilfe von Realisierbarkeit die Konsistenzfrage von diversen Systemen zurückführen auf diverse andere, die man vielleicht als ganz, ganz einfacher und ganz sicher konsistent ansieht. Werden wir auch noch sehen. Und das geht auch sehr, sehr elegant und sehr schön und mit viel weniger Mühe als bei dem Beweis von der Konsistenz von PA, den wir gesehen haben, der von Gänzen. Den haben wir auch nicht mal vollständig gesehen, weil man dann irgendwann eine Million Fallunterscheidungen machen musste und so weiter. Und mit Realisierbarkeitstheorie kann man das ganz, ganz schön und elegant und einfach machen. Man kann auch Meta-Einsichten über Systeme erlangen. Ein Beispiel ist folgendes. Egal was ich für phi nehme, PA zeigt doch phi oder nicht phi. Denn PA ist ein klassisches System, das hat LEM eingebaut. Okay, aber je nachdem was jetzt phi ist, manchmal schon, aber meistens stimmt nicht folgende Folgerung. Meistens stimmt es nicht, dass man einen Beweis von phi hat in PA oder einen Beweis von nicht phi. Obwohl das System glaubt, dass phi oder nicht phi war es. Was wäre ein Beispielsatz phi, den man hier verwenden könnte, um das zu illustrieren? Naja, so ein Gödel-Satz. Da hatten wir doch gesehen, wenn PA konsistent ist, davon gehe ich jetzt kurz aus, dann zeigt PA weder phi, noch zeigt PA nicht phi. Okay, also dafür brauchen wir keine Realisierbarkeitstheorie, dafür brauchen wir nur Gödel-1, haben wir schon längst gemacht. Aber es gibt ein zweites Resultat, was man mit Realisierbarkeitstheorie beweisen kann. Nämlich das da. Wenn man einen Beweis in Hating-Arithmetik hat, also konstruktiver PA-Arithmetik, ein Beweis von phi oder nicht phi. Oder übrigens auch allgemeiner, ein Beweis von phi oder psi. Dann ist auch wirklich einer der beiden Dissumptionsmitglieder beweisbar. Oder noch ein bisschen stärker. Angenommen, HA beweist, dass es eine Zahl gibt, sodass phi gilt. Dann existiert auch wirklich eine Zahl, x0 aus n, sodass Hating-Arithmetik für diese Zahl die Behauptung nachweist. Das obere heißt Disjunktions-Eigenschaft und das heißt Existenz-Eigenschaft. Und unter dem x0 steht noch ein Strich. Ja, danke. Die beiden Aussagen sind völlig falsch für PA-Arithmetik, aber korrekt für Hating-Arithmetik und korrekt auch für eine Vielzahl anderer intuitionistischer Systeme. Wenn Hating-Arithmetik es schafft, zu zeigen, dass ein x-System mit irgendeiner Eigenschaft phi, dann kann man aus dem Beweis auch wirklich ein x0 ablesen, für das das stimmt. In PA gilt übrigens eine andere Aussage. Die kann ich auch noch kurz hinschreiben. Nämlich folgende. Wenn PA schafft, zu zeigen, dass ein x gibt, sodass phi gilt, dann existiert eine Zahl r und lauter Zahlen x1 bis xr aus n, sodass für ein i gilt, Piano-Arithmetik beweist phi von x i für x eingesetzt. Also wenn man einen klassischen Beweis hat von Existenz von einer Zahl, dann kann man aus diesem Beweis eine endliche Liste an Kandidaten extrahieren und man weiß dann, eine dieser Zahlen muss es sein. Man weiß aber nicht, welche. Und ich glaube, wenn wir in einer konstruktiven Meta-Theorie sind, dann darf ich hier nicht für ein i schreiben, sondern ich muss sagen, nicht nicht für ein i. Ich kann nicht wirklich herausfinden, welches i das der Fall ist. Ich weiß nur, eines der i muss es sein, aber ich kann nicht darauf zeigen. Dagegen der Satz hier, der ist, wie alles, was wir sonst noch in der Vorlesung machen, konstruktiv beweisbar. Das hattet ihr auch schon in der allerersten Vorlesung gesehen, nur streng genommen nicht für PA. Da hatten wir mit klassischer Logik gezeigt, dass es zwei Zahlen x und y gibt, sodass x und y beide irrational sind, aber die Potenz davon x hoch y rational ist. Und aus dem Beweis konnten wir zwei Kandidaten für das Pärchen x, y dann ablesen. Aber wir wussten nicht, welcher Fall wirklich zutrat. Okay, das ist also eine Sache, die man machen kann. Dann kann man Traumaxiome erkunden. Man kann, ohne dass das ganze System widersprüchlich wird, kann man die Folgerung von gewissen Traumaxiomen erkunden. Was sind solche Traumaxiome? Zum Beispiel folgende. Alle Funktionen von n nach n sind berechenbar. Berechenbar, wie wir es definiert hatten, oder auch berechenbar durch eine Turing-Maschine, das sind äquivalente Konzepte. Oder man kann ein Axiom untersuchen, wie alle Funktionen von r nach r sind stetig. Oder man kann so etwas untersuchen, wie das abzielbare Auswahlaxiom gilt. Die meisten Leute würden das nicht als Traumaxiom bezeichnen, sondern einfach als Trivialität, die stimmt. Aber wenn wir in einer konstruktiven Meta-Theorie sind, dann ist das abzielbare Auswahlaxiom ja eventuell nicht gegeben. Und in diesen Traumwelten, die wir uns erschaffen können, da stimmt es dann halt doch wieder. Warum ist das interessant? Zum einen ist es interessant, weil es Anwendungen liefert. Anwendungen in der theoretischen Informatik. Zum anderen ist es, und die werden wir auch noch kennenlernen, zum anderen ist es interessant für sich, weil es interessant ist, einfach Konsequenzen von Axiomen zu untersuchen, wenn man Mathematikerin ist. Und drittens will ich gleich am Anfang noch eine Bemerkung dazu abgeben. Und zwar, es ist gewissermaßen eine soziale Konvention, dass die Standardtheorie, die man so arbeitet, klassische Mathematik ist, klassische ZFC oder so was. Oder klassische Typentheorie. Dazu gibt es aber keinen zwingenden Grund. Das hat sich historisch so herauskristallisiert. Genauso vorstellbar wäre, dass der Mainstream wäre, dass man konstruktiv arbeitet oder mit einem dieser Traumaxiome. Und dann würde vielleicht jemand hier eine Vorlesung halten und würde sagen, okay, ich kann folgende Modelltheorie betreiben und dann kann ich folgende Traumaxiome untersuchen. Jede Aussage stimmt oder stimmt nicht. Das Aussage-Axium stimmt uneingeschränkt. Und so was. Es ist also ein bisschen soziale Konvention, was die wahre Welt, die wahre mathematische Welt ist und was andere Welten sind. Und ich finde, da sollte man sich nicht zu sehr irgendwie dann drüber aufregen oder so was. Weil es ist halt möglich, mit Hilfe von Realisierbarkeitstheorie und anderen Techniken, aus jeder der denkbaren möglichen Welten, die man als wahre Meta-Welt akzeptiert, auch die anderen Welten zu erkunden. Und was wir halt jetzt machen werden, wir werden eben so ein Realisierbarkeitsuniversum erkunden, sogar mehrere von denen. Und in manchen von denen gelten halt diese Sachen hier. Und genauso gut aber wäre es eben vorstellbar, dass das wahre Aussagen sind, die dir da rechts stehen. Und jemand anderes untersucht, was sind denn die Konsequenzen von ZFC. Also ich bin ein Anhänger von der multiversen Philosophie von Joel David Hankins. Gut. Dann Resultate aus der theoretischen Informatik leichter erhalten. Als ich theoretische Informatik gehört habe, da gab es tausend Sätze der Form, nicht nur, es gibt ein X so das, sondern es gibt eine Turing-Maschine, die ein X berechnet so das. Es gab Aussagen nicht nur wie, wenn A und B reguläre Sprachen sind, dann ist auch A vereinigt B eine reguläre Sprache, sondern die Aussagen waren stärker formuliert, nämlich als, wenn A und B reguläre Sprachen sind, dann ist die Vereinigung von A und B effektiv eine reguläre Sprache. Das heißt auch wieder, es gibt eine Turing-Maschine, die aus den gegebenen endlichen Automaten, die die Regularität bezeugen, einen Automaten bauen, für die die Regularität der Vereinigung bezeugt. Und all diese Formulare könnte man leichter formulieren und auch ein Stückchen leichter beweisen, wenn man all diese Wörter mit, es ist berechenbar, das einfach ersatzlos streicht, aber ganz am Anfang von der Vorlesung einmal ein riesiges, dieses Zeichen aufmacht. Dieses Zeichen wird bei uns dann stehen für im Realisierbarkeitsmodell gilt und dann kann man einfach intuitionistische Mathematik da drin betreiben und aus externer Sicht würde man genau die Resultate aus der normalen theoretischen Informatik wieder rekonstruieren. Das ist also ganz schick. Man muss nicht mehr schauen, ob Sachen berechenbar sind, man muss nur schauen, ob die Beweise intuitionistisch zulässig sind. Das will man aber sowieso schauen, um die maximale Eleganz rauszuholen. Gut, und dann noch zwei Sachen, die extrem aktuell sind. Proof Mining und berechenbare Analysis betreiben. Berechenbare Analysis, das ist jetzt eventuell wirklich das, was ihr euch vorstellt, also im Sinne von, was auch Numeriker machen. Irgendjemand beweist, dass eine PDE eine Lösung hat und ich will die Lösung jetzt berechnen. Und ich will es aber gut machen, im Sinne von meiner Ernährungslösung, die da rauskommt, will ich ganz genau wissen, welche Fehlerschranken die erfüllt. Im Rahmen der berechenbaren Analysis kann man Algorithmen entwerfen, die dann bewiesenermaßen korrekt funktionieren. Also die einem sagen, bis auf folgendes Epsilon stimmt es. Und man kann auch das Epsilon vorgeben, beliebig klein, und dann braucht der Computer halt eventuell länger und liefert zum Schluss eine Ernährungslösung, für die das aber bewiesenermaßen die Fehlerschranken dann eingehalten wird. Da stellt sich dann die Frage in der berechenbaren Analysis, wie implementiert man denn all die Sobbel-Effräume, die so in der Numerik vorkommen. Und man könnte denken, dass man da Kreativität braucht, aber das stimmt nicht. Man muss nur die klassischen Definitionen kennen und die in so einem Realisierbarkeitskontext interpretieren und dann kommen automatisch die richtigen Definitionen raus, die sich für Umsetzung im Computer eignen. Das ist ziemlich spannend. Und dann gibt es Proof Mining, das habe ich schon in der allerersten Vorlesung angeteasert. Das ist die Sache mit, dass wir aus Beweisen, die schon geführt wurden, insbesondere aus klassischen Beweisen, nachträglich weitere Informationen extrahieren. Extra-Informationen wie, wie berechnet man denn jetzt die nächste Primzahl oder was ist denn die Norm von dem resultierenden Element. Irgendwie sowas. Proof Mining ist insbesondere dann spannend, wenn man nicht intuitionistische Beweise als Grundlage nimmt, wo man sowieso Aussagen wie hier hat, sondern wenn man klassische Aussagen als Grundlage nimmt. Und es wird noch interessanter, wenn man als Extraktionsgrundlage Beweise nimmt, die nicht nur klassisch sind, sondern auch ganz viele klassische mengenleere Axiome verwenden. Auswelle Axiome in voller Stärke und alles Mögliche. Gut. Dann lasst uns eine Stufe formaler werden. Aber immer noch so ein bisschen Motivation. Versetzt mal die in die Lage, ihr wisst von irgendwoher, dass diese Aussage stimmt. Für alle x gibt es ein y, sodass phi von xy stimmt. So, dann gibt es eine Funktion f von n nach n mit für alle x aus n gilt phi von x, f von x. Warum stimmt das? Entweder ihr verwende einfach das absehbare Auswahlaxiom, dann kriegt ihr das geschenkt. Oder wenn ihr es ein Stückchen konstruktiver machen wollt, dann macht ihr es ohne Auswahlaxiom, dann sagt ihr, na gut, ich schicke hier ein klein x. Nicht auf ö, den y, sodass phi von xy gilt, sondern auf das kleinste y, sodass phi von xy gilt. In klassischer Logik, also jetzt brauche ich nur noch klassische Logik, aber nicht mehr das Auswahlaxiom, weil ich kann einfach halt alle y durchprobieren, in klassischer Logik. Ich weiß, irgendwann finde ich ja eins und ich nehme halt das Erste, was ich finde. So habe ich zumindest das Auswahlaxiom verliegen. Also jedenfalls, in einem klassischen Kontext stimmt das, was hier steht. Wenn ich das weiß, dann gibt es eine Funktion. Die Frage, die Realisierbarkeitstheorie in Teilen beantwortet, ist folgende. Was passiert, wenn ich diese Formel da oben nicht nur weiß, sondern wenn ich sie bewiesen habe? Stimmt dann vielleicht ein bisschen mehr, als dass es nur so eine Funktion gibt? Stimmt dann vielleicht sogar, dass diese Funktion f, die hier postuliert wird, dass die berechenbar ist durch eine Maschine? Wenn man für alle x existiert y, so dass phi von xy gilt, sogar bewiesen hat. Das ist ja was anderes wie Wahrheit, wie wir gelernt haben. Also dann besteht Hoffnung, dass die resultierende Funktion f, die da oben steht, sogar berechenbar ist. durch eine Maschine, durch eine Turing-Maschine. Aber es besteht noch mehr Hoffnung. Die Hoffnung besteht auch, dass f in der Praxis berechenbar ist, also dass die Funktion f nicht zu lange braucht zum Berechnen. Und die Hoffnung besteht zum Beispiel, dass wenn man diese Aussage bewiesen hat, mit restrigierten Mitteln, zum Beispiel nicht mit voller klassischer Logik, sondern nur mit primitiv-rekursiver Arithmetik, PAA, dass dann die Funktion f hier auch ganz gute Wachstumseigenschaften hat. Und in der Tat gibt es zum Beispiel folgendes Resultat, werden wir auch beweisen. Wenn man es schafft, in PAA das hier zu beweisen, dann ist die Funktion f, die hier resultiert, sogar primitiv-rekursiv. Also auf jeden Fall nicht schneller anwachsend als die Ackermann-Funktion. Ja. Ja. Die Ackermann-Funktion ist schon recht schnell leider, aber immerhin. Wenn man etwas, wenn man in Hating-Arithmetik geschafft hat, das zu beweisen, dann weiß man auch, dass es so eine Funktion gibt, die wird berechtbar sein, die wird aber nicht primitiv-rekursiv sein, sondern die wird Y0 primitiv-rekursiv sein. Das heißt, es ist noch nicht stärkere Art von Rekursion möglich, eine, die mit der Ordinalzahl Y0 zusammenhängt. Die Leitfrage in der Beweisbarkeitstheorie, in der Realisierbarkeitstheorie, in der ganzen Logik, ist folgende. Und Realisierbarkeitstheorie gibt eine Teilantwort darauf. Was weiß man mehr als nur die Gültigkeit einer Aussage, als nur die Gültigkeit, wenn man eine Aussage bewiesen hat? Primäre Funktion von dem Beweis ist sicherlich zu erklären, dass die, oder zu sagen, dass die Aussage stimmt. Zweite Funktion von dem Beweis ist auch zu erklären, warum sie stimmt. Und allgemein gefragt, was weiß man nun mehr, mehr als nur die Wahrheit? Und eine Antwort ist, eine fallumfassende Antwort gibt es noch nicht, das ist Gegenstand von Forschung. Aber eine Antwort ist folgende. Wenn man weiß, wenn man eine Aussage bewiesen hat, dann kennt man auch einen Realisierer für sie. Dann kennt man auch einen, diese Aussage sie bezeugenden Realisierer. So, was sind Realisierer? Ja. Das da? Ja, also werden wir sehen, inwieweit es stimmt. Es stimmt nicht ganz wortwörtlich, aber wortwörtlich kannst du es ja, glaube ich, sowieso momentan noch nicht prüfen, weil ich noch nicht formal angeführt habe, was ein Realisierer ist. Okay, alles klar. Wir werden natürlich Beweise führen und übrigens konstruktive Beweise. Und dabei werden dann die Aussagen präzisiert. Aber ich will das jetzt schon mal grob erklären, was das ist, damit man eine Vorstellung davon hat. Also, ähm, geht eigentlich nicht mehr. Beispiel, ein Realisierer für die Aussage für alle N gilt, N ist Prim oder N ist nicht Prim. Ein Realisierer für diese Aussage ist eine Maschine. Das kann Turing-Maschine bedeuten, das kann Super-Turing-Maschine bedeuten, das kann alles mögliche bedeuten. Wir werden das noch präzisieren. ist eine Maschine, die gegeben eine Zahl N, natürliche Zahl, korrekt ausgibt, ob N Prim ist oder nicht. Also, das ist eine Primalitätstestmaschine. Noch ein Beispiel. ein Realisierer für die Aussage für alle N gibt es ein P, so dass P mehr als N ist und so dass P Prim ist. Also, ein Realisierer für die Aussage, dass es unendlich viele Primzahlen gibt, ist eine Maschine, die die gegeben eine Zahl N eine Primzahl P größer als N ausgibt. und so könnt ihr euch das auch allgemeiner denken. Also, immer wenn man eine Aussage hat, dann wäre ein Realisierer dafür halt ein Computerprogramm, in irgendeinem Sinne, welches die Aussage bezeugt, welches für jeden Existenzquantor, der vorkommt, dann auch wirklich so ein Ding ausgibt. Es gibt, es werden auch Aussagen realisiert, die klassisch gesehen falsch sind. Wir werden zum Beispiel sehen, dass es, wenn man das entsprechend präzisiert, dass es einen Realisierer gibt für folgende Aussage. Es gibt einen Realisierer für jede Funktion von R nach R ist stetig. Das ist klassisch falsch. Es ist konsistent, mit Intuition-Sychologie das anzunehmen. Realisierbarkeitstheorie zeigt, dass es konsistent ist. Das ist also irgendwie ein Computerprogramm, das nimmt eine Funktion von R nach R, man muss das präzisieren, und dann gibt es einen Stetigkeitsmodul aus. Eine Funktion, die zu jedem Epsilon ein Delta produziert, sodass die übliche Bedingung gilt, die man aus der Anna 1 kennt. Es gibt auch Aussagen, die zwar klassisch stimmen, aber nicht realisiert werden. Beispiel. Und das zeigt, das geht in die Richtung von Tolgers Bemerkung, und das zeigt auf jeden Fall, dass das, was hier steht, qualifiziert werden muss, weil es nicht wortwörtlich stimmt, wenn man überall klassische Logik akzeptiert. Es gibt keinen Realisierer für die Aussage, für alle N folgendes, die N-te Turing-Maschine hält oder hält nicht. Denn ein Realisierer für diese Aussage wäre eine Maschine, welche eine Zahl N einliest und dann wahrheitsgemäß ausgibt, ob die N-te Turing-Maschine hält oder nicht. Im Fall, dass sie hält, würde sie sogar noch den Zeitpunkt sagen, wann die Maschine hält. Das heißt, aus so einem Realisierer könnte man sofort ein Halte-Orakel basteln für Turing-Maschinen, also eine Maschine, welche andere Turing-Maschine einliest und dann rausfindet, ob die hält oder nicht. Und wir wissen aber, es gibt kein Halte-Orakel. Und daher gibt es kein Realisierer dafür. Wir sehen also, die Realisierbarkeitswelt, die unterscheidet sich einfach von der klassischen. Es gibt ein paar Aussagen, die in der Realisierbarkeitswelt stimmen, obwohl sie klassisch nicht stimmen. Und es gibt auch ein paar Aussagen, die klassisch stimmen, aber nicht in der Realisierbarkeitswelt stimmen. Was wir im letzten Teil der Vorlesung lernen werden, ist, dass Realisierbarkeitstheorie eng verknüpft ist mit der Topos-Theorie. Es stellt sich nämlich raus, dass die Realisierbarkeitstheorie die interne Sprache ist von dem sogenannten effektiven Tripos oder auch dem effektiven Topos. Das heißt, das ist die erste interne Sprache von einem Topos, die ihr jetzt kennenlernt werdet, obwohl ihr momentan noch nicht die Definition von einem Topos kennt. Okay. Und ich will... Ich will noch kurz die wesentlichen Resultate so drei, vier Blackbox-mäßig zusammenstellen, die wir aus der Berechenbarkeitstheorie brauchen. Dann können alle, die sich da extrem unwohl fühlen, übers Wochenende einmal kurz auf Wikipedia gehen. Also, Definition, wirklich, ja. Ich will kurz definieren, was eine Thüring-Maschine ist. Eine Thüring-Maschine besteht aus einer endlichen Menge Q heißt die, glaube ich, immer in der TI von Zuständen und einer Zustandsübergangstabelle. Wie sieht so eine Zustandsübergangstabelle aus? Welche für jeden Zustand Klein-Q aus Groß-Q und für jedes Symbol für jedes Bit 0 oder 1 was für all diese Sachen je einen Folgezustand und eine Band-Band-Bewegungsrichtung? Links oder eher rechts zuordnet? Das ist nicht ganz richtig. Statt einem Folgezustand erlaube ich auch je einen Folgezustand oder die Halteaufforderung statt einem Folgezustand und so eine Band-Bewegungsrichtung. Und außerdem ein drittes Datum, was noch zur Natur-Maschine gehört, ist nicht nur eine Menge von Zustand oder eine Zustandsübergangstabelle, sondern auch noch einen designierten Startzustand. Besteht aus Blablabla und einer Zustandsübergangstabelle und einem designierten Startzustand. Die Vorstellung, die man hier unbedingt im Kopf haben muss, ist folgende. Es gibt ein Band. Auf diesem Band können Bits stehen, Nullen und Einsen. Vielleicht irgendwie sowas. Das Band ist auf jeden Fall mal in eine Richtung unendlich groß. Manche Leute erlauben auch, dass es nach links unendlich groß ist. Das führt auf äquivalente Modelle zum Schluss. Zu jedem Zeitpunkt befindet sich die Thüring-Maschine, befindet sich der Schreiblesekopf der Thüring-Maschine an einer bestimmten Stelle, zum Beispiel dort. Und hier angeschlossen ist das Regelwerk, diese Zustandsübergangstabelle von der Thüring-Maschine. Und so eine Thüring-Maschine kann man jetzt ausführen in folgendem Sinne. Die Definition, was die Ausführung von der Thüring-Maschine bedeutet, werde ich nicht an die Tafel schreiben, sondern nur mündlich geben, weil es lästig ist, das anzuschreiben. Die Ausführung von der Thüring-Maschine stellt man sich wie folgt vor. Am Anfang ist irgendein Bandinhalt vorgegeben und am Anfang ist vorgegeben, wo sich der Schreiblesekopf der Thüring-Maschine befindet. Also meinetwegen hier. Und dann passiert immer wieder Folgendes. Die Thüring-Maschine befindet sich in einem bestimmten Zustand, ganz am Anfang dem designierten Sturz-Stutzer-Zustand. Und dann schaut man in der Zustandsübergangstabelle nach. Was denn der Eintrag ist für das Zeichen, was dort gerade steht, bei dem Zustand, in dem die Thüring-Maschine gerade verweilt. Dann sagt ja die Übergangstabelle zwei Sachen. Entweder sagt, macht sie die Halteaufforderung oder sie gibt so einen Folgezustand und eine Bandbewegungsrichtung an. Wenn sie die Halteaufforderung ausspricht, dann heißt das, die Simulation der Thüring-Maschine ist beendet. Und was auch immer jetzt auf dem Band steht, ist halt die Ausgabe der Thüring-Maschine. Im anderen Fall aber wird das Band bewegt oder vielleicht sollte ich auch lieber Kopfbewegung sagen, statt Bandbewegungsrichtung. Also dann wird der Schreiblesekopf eins nach links oder eins nach rechts bewegt und die Thüring-Maschine ist danach in einem möglicherweise anderen Zustand Q'. Sollte die Thüring-Maschine, sollte der Kopf schon ganz links sein und die Thüring-Maschine gibt die Anweisung den Kopf noch eins weiter nach links zu bewegen, dann ist es dasselbe, wie wenn die Thüring-Maschine die Halteaufforderung ausgesprochen hätte. Also dann wird die Simulation abgebrochen und was auch immer jetzt auf dem Band steht, ist halt das Ergebnis der Berechnung. Thüring-Maschinen kann man sich also vorstellen wie idealisierte Computer die Zugriff haben auf einen beliebig langen Arbeitsspeicher. Sie sind recht beschränkt in der Komplexität der Logik hier, der Steuerungslogik, aber man kann halt zeigen in der theoretischen Informatik, dass alles, was so eine normale Programmiersprache ausmacht, sowas wie Variablen oder dynamische Speicherverwaltung oder Vorschleifen oder all sowas, dass das Thüring-Maschinen nachmachen können. Eventuell auf eine sehr ineffiziente Art und Weise, weil sie ständig auf diesem Band hin und her suchen müssen, aber sie können alles machen, was normale Computerprogramme auch machen können. Sie können es sogar besser, weil ein normaler Computer, denen geht irgendwann der Speicher aus und eine Thüring-Maschine nicht. Ja, aber der Inhalt vom Band steht in deiner Definition noch nicht drin. Genau, weil das ja auch nur die Definition von einer Thüring-Maschine ist, nicht vom Verlauf der Ausführung von der Thüring-Maschine. Da gebe ich immer am Anfang irgendein Band vor, dann mache ich die Thüring-Maschine nicht, dass eine Thüring-Maschine ein idealisierter Computer ist. Das ist überhaupt kein Problem. Und jetzt will ich noch zwei Sachen anschreiben. Wenn ihr daran Spaß habt, dann schreibt euch eine Thüring-Maschine auf, die das ganze Band mit Einsen voll schreibt oder dies abwechselnd mit Einsen Nullen vorschreibt und so weiter. Das macht wirklich Spaß, wenn man das noch nie gemacht hat. Hat auch Kindern auf Mathe-Kennstelle viel Spaß gemacht. Ist eine schöne Sache. Also Fakten aus der Berechenbarkeitstheorie, die ich nicht beweisen möchte. So, eine partielle Funktion von n nach n ist genau dann berechenbar in dem Sinn, wie wir es früher in der Vorlesung definiert hatten mit diesen Abbildungsrezepten. berechenbar. Falls sie die Ergebnisse einer Thüring-Maschine ausdrückt. Was meine ich damit? Damit meine ich, falls es also eine Thüring-Maschine gibt, sodass folgendes stimmt. Die Funktion produziert ganz genau dieselben Ausgaben wie die Thüring-Maschine. Was ist damit gemeint? Was ist denn die Ausgabe von einer Thüring-Maschine, wenn es um natürliche Zahlen geht? Und was soll die Eingabe sein? Wenn ich eine natürliche Zahl habe und die Thüring-Maschine diese Zahl als Eingabe machen will, dann muss ich mir jetzt darauf einigen, wie ich diese Zahl aufs Band schreibe. Ich kann nicht einfach in die Vortestzelle die 17 schreiben, weil man darf nur 0 und 1 hinschreiben. Die Konvention ist folgende, es ist auch egal, welche man nimmt, aber die Konvention ist folgende, ich schreibe halt 17 Einsen aufs Band am Anfang und dann lauter Nullen. Und dann lasse ich die Thüring-Maschine werkeln, eventuell terminiert sie nicht, die partielle Funktion muss ja auch eventuell nicht unbedingt ein Ergebnis liefern, eventuell terminiert sie schon. Und in dem Fall zähle ich wieder von Anfang an, wie viele Einsen stehen denn jetzt dran bis zur ersten 0 und so viel wie der Einsen steht, das ist halt dann das Ergebnis der Funktion. Falls alles mit Einsen vollgefüllt ist, dann ist es genauso, wie wenn die Funktion nicht definiert gewesen wäre. Das kann ja gar nicht passieren, weil das würde ja bedeuten, dass die Thüring-Maschinen unendlich lang gelaufen ist, richtig, aber später wollen wir auch zu Super-Thüring-Maschinen kommen, da geht das schon. Gut, das ist das eine Faktum und dann noch folgendes Faktum, ich schreibe es nur ganz schön an. Es gibt eine Aufzählung, M0, M1 und so weiter an der Thüring-Maschinen, es gibt nur abzählbar viele, Übungsaufgabe, ist aber schnell geklärt. Es gibt eine Aufzählung, sodass eine universelle Thüring-Maschine, U, existiert, eine Maschine mit dem Namen S existiert und eine Maschine mit dem Namen E existiert. So, und lasst mich zumindest noch das U anschreiben. das U ist folgende, die kann folgendes, also wenn man U aufruft, Thüring-Maschinen aufrufen, schreibe ich genauso wie Funktionen aufrufen. Okay, so, wenn ich U aufrufe, auf dem Paar, J war unsere Paarungsfunktion, bestehend aus X und Y, nein, besser, N und X. Dann kommt genau dasselbe raus, wie wenn ich die N-Thüring-Maschine aufrufen hätte mit X. Und zwar wirklich genau dasselbe, das heißt, damit meine ich auch, dass wenn diese Thüring-Maschine nicht terminieren sollte, dass dann auch dieses Ergebnis nicht terminieren sollte. Das ist also eine universelle Thüring-Maschine, weil sie kann jede andere Thüring-Maschine simulieren. Sie liest so ein Tupel ein, also eine Zahl, extrahiert die Komponenten, versteht dann N als Kodierung von der Thüring-Maschine und simuliert dann die Ausführung von dieser anderen Thüring-Maschine. Und ich schreibe jetzt noch S und E hin. S macht folgendes. So. Und E. E macht folgendes. Wenn ihr keine Ahnung von Berechenbarkeitstheorie habt, werde ich darauf ein bisschen nichts mal angehen noch. Und ansonsten geht auf Wikipedia und gibt ein UTM-Theorem und ich glaube SNM-Theorem, Tim? Ist das richtig? Da wird nämlich erklärt, was dieses U und das S und das E bedeuten, aber das machen wir nächstes Mal. So, ich habe U bezogen, es tut mir leid. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und ich habe U.S. Vielen Dank.